Musik 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 Mein Magen Das hast du wirklich ganz wunderbar gemacht. Mein Schatz. Jetzt is. Zeig her. Was hast du da gemacht, Kind? Wie oft hatten wir das schon? Nicht beim Essen. Es ist doch wirklich keine Schande, seine eigene Tochter mal zu loben. Und jetzt zeig's bitte her. Ich will einen Hund. Ein Hund? Ein Hündchen? Auch das hatten wir bereits besprochen. Du bekommst nicht noch ein Tier von uns, Evelyn. Aber ich finde das eine großartige Idee. Nicht mein Tüchterchen. Friedrich, es endet dann genauso wie mit diesem Hasen. Möchtest du ihr diesmal erklären, warum er nicht mehr da ist? Aber Schnuffel ist doch da. Schnuffel ist ein Kuscheltier. Aber er lebt. Aber er lebt. 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 Der lebt. Er lebt. Schau! Das bin ich und das bist du. Und wir sind ganz klein. Und das ist Papa. Der ist ein bisschen größer. Und da ist die Mama. Entschuldigung. Arskaya! Nächster ist Arskaya! Ars! Arskaya! Rauben mir den letzten Nerv. Entspannen. Ebelie? Ebelie? Bist du zu Hause? Bist du zu Hause? Bist du zu Hause? Papa ist da! Papa! Nein! Hallo! Du hast mir wieder mal zu spielen. Hör doch! Alle anderen lachen in den Schuhen. Nein, bitte nicht! Papa! Gitarren! Hallo! Gitarren! Fertig! Gitarren! Gitarren! Töne, die beiden sind. Gitarren! Oh! 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 Mein Kind, mein Töchterchen. 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 Mein Kind, mein Töchterchen.